Die Spenden sind ungemein wichtig, weil es eine Aktion ist, Kinder für Kinder. Kinder können also für andere etwas erreichen, das sich so durch öffentliche Mittel, durch staatliche Mittel nicht erreichen lässt. Ein ganz anderes Bewusstsein wird dafür geschaffen, dass es Kinder in bestimmten Situationen gibt, denen es nicht so gut geht wie einem selbst. Und das möchten wir mit dieser Aktion erreichen.